Heyo Leute, willkommen zurück zu einer neuen Folge Kriegs of Sonaria und das Valmteens Event ist draußen und ich versuche hier gerade den Laibonig zu kriegen aber macht mir nicht nach, für die Leute, die es nur auf den Ador-Waden abgesehen haben warten lieber ab weil sonst habt ihr es am Ende doppelt den Laibonig und zieht den die ganze Zeit statt den Ador-Waden und ja, ich bin sehr sehr froh, dass sie den Getscher wieder eingeführt haben denn ich möchte persönlich lieber meine Mushrooms ausgeben, die ich dann gespart habe und nicht nochmal neu farmen weil das finde ich ein bisschen doof und ja, wenn man dann das Event hier hat, kann man das später dann für teurer verkaufen und das ist ja das Tolle so, ich hoffe, das wird jetzt ein Laibonig und er ist ein Laibonig geworden ja, damit werden wir jetzt spielen let's go okay, bevor wir anfangen, gehen wir mal zurück zum Getscher und zwar wird der Getscher 250 Mushrooms teurer, wie wir es eigentlich von den vorherigen Events kennen wo der Getscher noch da war aber da bin ich mir nicht sicher, vielleicht wird er teurer oder vielleicht wird er auch so bleiben mit dem Preis denn es wird ja ein Part 2 geben und da mein Tipp für die Leute, die nur den Ador-Waden haben wollen warten lieber da ab und ja, weil ihr kriegt dann die ganze Zeit ein Laibonig oder so ihr zieht dann die ganze Zeit ein Laibonig und habt den Ador-Waden am Ende nicht und das wäre doof deswegen spart lieber euer Mushroom für Part 2 so jetzt fangen wir mal an mit den Laibonig ich dachte, der könnte fliegen aber der kann nicht fliegen, dieser kleine Käfer und es ist jetzt einfach nachts aber ich finde den voll niedlich guckt euch den mal an hier seine Aggressions-Emoot oder so und ja, Neon würde ja richtig cool aussehen in Glimmer und guck mal, wie viele Leute hier gerade sind okay, wir foddern mal was davon ich finde es auch cool, dass er irgendwie so ein Omnivore ist ein Weidesfresser liebe Omnivores und oh, da ist ein Fisch ein Chicken oh mein Gott KFC Chicken Wing KFC Chicken Wing den nehmen wir mal mit KFC Chicken Wing KFC Chicken Wing Schrei mir jetzt KFC Chicken Wing ey ich lasse den KFC Chicken Wing nicht in Ruhe please let me go, Fisch no no, wo ist der jetzt hin ey, 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 ey oh mein, der klaut mich jetzt oh no oh no oh no wir müssen jetzt frei ich komm nicht frei no, 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 no ich steck fest noooon ich steck fest helfe noooon es wird wieder ok, na toll dann müssen wir mal re-joinen ich komm zurück, Leiter Chicken Wing ich komm zurück nur für dich und dann ess ich dich auf oder nimm dich einfach mit ich pass dann auf dich auf ne kleine KFC Chicken Wing so ok, ok, da sind wir wieder und ich suche jetzt nach den KFC Chicken Wing den wir vorhin da gefunden haben oh, oh, was ist das denn? Sniff, Sniff oh, da ist ein Iloppy gestorben den essen wir mal auf lecker lecker Snack ok, ich rieche jetzt ein Girodos ich rieche ein Krata Pertina ähm ein Sanata äh, was gibt's hier noch? einen Helion Waden wo ist der kleine KFC Chicken Wing? was mit den kleinen KFC Chicken Wing passiert? ok ok, wir suchen jetzt nochmal oh, wer hat uns da angegriffen? wer war das? wer war das? ey was soll das, hä? wir spucken den an so aggressiv Emote dieses Sanata kann doch nicht machen was er will oder war er das eigentlich? ach, keine Ahnung ähm ja, egal sonst hätten wir ihn angespuckt Chicken Wing wir wollen jetzt den KFC Chicken Wing finden ein kleiner KFC Chicken Wing wo ist der denn? oh, der Tundrik hört sich so süß an komm her, du Kleiner yes, du bist jetzt mir oh, ich komm mal nicht rein wer greift uns? ey, ey was greift für mich an? so, wir spucken jetzt den Helion Waden an weil er uns weh getan hat wir bringen den jetzt um nein der hat fehl gemacht ok, egal wir können trotzdem den treffen der Helion Waden du wirst sterben oh, 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 oh ih ich kann mich nicht kontrollieren oh, der Sanata hat's geschafft er hat's gut gemacht er hat's irgendwie gut gemacht das ist jetzt so richtig laut ok, wir essen jetzt nein, der Tundrik ist gestorben war das der Tundrik? nein Tundrik ist tot schade Banane nehmen wir jetzt einfach mal den Ghibli mit okay wir können ihn nicht tragen egal KFC Chicken Wing ist auch tot ist das jetzt hier der KFC Chicken Wing? warte, ich rieche das mal snüff, snüff und ist ein Minavi uh, ein Minavi lecker Minavi Snack hier in der OAS es ist ja viel los ok die reifen jetzt alle an soll ich einfach anspucken die Leute hier äh ne, ich lass sie da sein ok hier ist überall Fleisch es sind überall Fleischburgers oh, 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 oh was greift mich an? was hat mich angegriffen? wir sind einfach so gestorben oh no ok, wir sind tot ok, ok das war der Leibbonig ich hoffe das Video hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder und tschüss